Studentengemeinden, die haben praktisch immer so Halbjahresprogramme gemacht und die waren darauf gerichtet, so die Defizite der kulturellen Bildung, die es in der DDR ja zuhauf gab, auszugleichen. Es gab also Vorträge über Kunst, über Literatur, über Psychologie, Philosophie, ein ganz breites Spektrum und das Programm habe ich mir dann halt geholt aus der Herr der Kirche und da war halt vieles Interessantes dabei und bin dann ab und zu mal hingegangen. Ich weiß noch, der erste Abend war, wo ich da war, war der Besuch einer vietnamesischen Delegation in der ISG in Weimar und da saßen dann also diese vietnamesischen Christen mit ihren Aufpassern da auf der Seite und es wurde versucht irgendwie ein Gespräch in Gang zu bringen. Das war wirklich schwierig, weil die Vietnamesen hatten einen Dolmetscher dabei, der vom Vietnamesischen ins Englische übersetzte und dann gab es noch einen Dolmetscher, der das dann wieder vom Englischen ins Deutsche übersetzte. Also es ging immer über zwei Stufen und es war ein sehr mühsames Gespräch und die Leute, die da vorne saßen, die waren auch so klein und zusammengeschrumpft und verängstigt. Also es war auch eine anrührende Situation, aber irgendwie so mit meinem ethischen Überschuss wollte ich da auch irgendwie das Gespräch wirklich in Gang bringen und habe sie gefragt, wie sie umgehen mit diesem Phänomen, dass nach diesem schlimmen Vietnamkrieg so viel Gewalt in der Gesellschaft ist und ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das zu verarbeiten. Und als die Frage dann bei den Vietnamesen ankam, da merkte ich, wie sie zusammenzogten und sich gar nicht trauten, darauf irgendwas zu antworten. Und es hat mir dann furchtbar leidgetan, dass ich diese Frage gestellt hatte, weil ich sie damit in Verlegenheit gebracht habe. Und das war so der erste Eindruck der Studentengemeinde, also auch dort war dieses Anliegen, den Blick zu weiden über die Grenzen hinaus immer auch wichtig. Na ja, und dann bin ich immer mal hingegangen und immer öfter und als ich dann in Weimar den Bude hatte, habe ich mich richtig dann auch dazugehalten und dann eben auch dienstags in den Friedenskreis mitgegangen. Und dann kommt man so intensiver rein, dann war ich auch mal Vertrauensstudentin und dann gab es die entsprechenden Annäherungen auch anderer Natur. Sie geben mir schon das gleiche als Vertrauensstudentin. Was war da Ihre Aufgabe? Also die Vertrauensstudenten hatten ganz praktische Aufgaben. Wir mussten dafür sorgen, dass rechtzeitig aufgeschlossen war, dass organisiert war, wer das Abendbrot richtet. Ja, dass die organisatorischen Fragen klappten, also Referenten vom Bahnhof abgeholt wurden, was alles zu tun war. Aber natürlich hatten wir dann auch so eine kleine Vorbereitungsgruppe, wo wir uns über das Programm des nächsten Halbjahres Gedanken gemacht haben, wo wir also auch über die inhaltliche Ausrichtung dann gesprochen haben. Das war so die wesentliche Funktion, also so organisieren und vordenken.